Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Greek Wars. Und wir hatten in der letzten Folge relativ viel gesabbelt, deswegen wollen wir jetzt nicht so viel sabbeln und direkt in die nächste Runde gehen. Vielen Dank. 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 Mal gucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal. 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 Einheiten mal heilen, dann habt ihr den großen Vorteil, dass ihr natürlich langsamer heilt oder dass ihr in dem Fall heilt. Aber ihr habt auch einen großen Nachteil, ihr heilt langsamer. Also ihr habt das, glaube ich, gerade bei der Einheit gesehen. Es gibt die Erholung und die Selbstheilung. Der große Vorteil von der Selbstheilung ist, ihr braucht nicht so viele Ressourcen, nämlich null. Dabei geht es langsamer. Bei der Erholung braucht ihr Ressourcen und vor allen Dingen, ihr verliert Erfahrung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr eine Einheit habt, ihr seht das hier oben oder auch hier, wie viel aktuelle Erfahrung die Einheit hat, dann sind 42. Und wenn wir davon 8 verlieren, das ist schon Nennenswert. Also das ist eine Nennenswerte. Also wenn wir davon 8% verlieren, das ist schon eine Menge. Ungefähr 8% vermutlich. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, ich würde tatsächlich lieber die Selbstheilung nehmen. Das dauert zwar ein bisschen länger, kostet aber nichts. Und ihr verliert vor allen Dingen auch keine Erfahrung. So, aber jetzt sind wir da oben. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was wir machen. Die Stadt angreifen hat geringe Chancen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Und wenn wir noch Punkte übrig haben, die wir nicht haben, könnten wir uns noch selbst teilen. Das klappt leider nicht. Dann würden wir einfach hier mal überspringen. Okay, Perentos. Ich würde tatsächlich hier auch noch ein Feld errichten. Dann haben wir hier die Nahrungsmittelproduktion ein wenig verbessert. Und dann wollten wir in Athen ein Gebäude bauen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht das ganze Geld dafür ausgegeben. Nein, die ökonomische Stadt. Und bevor wir das machen, möchte ich mir tatsächlich nochmal aufschreiben, wie viel, jetzt muss ich mir mal hier in so einen Zettel krallen, wie viel wir tatsächlich dort an Rohstoffen verbrauchen. Also Athen verbraucht minus 0,27 Kohle und Eisen minus 0,53 Stein und minus 0,79 Holz. Laut der Beschreibung, wenn ich das richtig gelesen habe, soll es sich ja nur um Kohle handeln. Da bin ich mal gespannt, ob von dem anderen auch was zurückgeht. Minus 0,5,65 für Nahrung. Das wird sich, glaube ich, nicht nennenswert verringern. Okay, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, wie viel davon zurückgeht. Ich denke, das ist auch entscheidend, um später zu entscheiden, ob wir das auch in Kleinstädten machen, um unser Kohlehaushalt ein wenig aufzupeppen oder ob wir das hier einfach sein lassen. Das denke ich mal, das ist auf jeden Fall eine interessante Nachricht. So, jetzt möchte ich gerne mal gucken, wie es bei der Nahrung aussieht. Wir sind hier immer noch im Plus. Trotz alledem würde ich mal gucken, wo sich unsere Siedler rumtreiben. Und Städte, Tor zu Unterwelt gibt es leider bei uns keine. Und wir haben drei Siedler. Einer steht hier. Und dann würde ich tatsächlich doch diese Flotte mal nehmen und diesen Siedler abzuholen. In der Hoffnung, dass er hier nicht bei den Sirenen vorbeifährt. Er fährt bei den Sirenen vorbei. Sind das die Sirenen? Ich glaube, das waren sie. Dann werden wir die Einheitenbewegung mal abbrechen und in der nächsten Runde einfach hier drumrum fahren. Okay, Naxos kann hier nicht allzu viel machen. Ich glaube, er kann hier auch kein Feld bauen. Die Straße hat er hier gebaut und ein Gebäude können wir so und so nur bauen. Also können wir so und so ohne ihn auch bauen. Das heißt, wir können ihn holen und ihn wieder nach oben schicken und dann hier weitere Felder bestellen. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Okay, dann. Alle Einheiten haben wir, glaube ich, bewegt. Ich gehe mal in die Vogelperspektive. Das ist unser Siedler. Hier gibt es noch keine Einheiten. Wir haben auch kein Eisen. Letzte Runde plus fünf. Nochmal, dass das so bleibt. Die Truppen sind unterwegs. Es würde mich tatsächlich mal interessieren. Das sind alles Galeren. Was haben wir für Schiffe? Wir haben hier eine Triere. Die ist natürlich massiv stärker. Fünf und drei gegen zwei und zwei. Wahnsinn. Okay, das ist natürlich echt mächtig. Dann schauen wir hier nochmal. Du bist unterwegs. Hast deine Befehle. Das macht er, glaube ich, immer am runden Ende automatisch. Beim runden Übergang zieht er die Sachen dann. Ihr heilt aus. Ihr habt da oben zu tun. Ihr habt hier auch zu tun. Okay, sehr schön. Dann schauen wir jetzt mal in die Diplomatie. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also, Böthien. Böthien. Ja, es ist nicht so groß und so interessant. Ist nicht sehr stark. Die Frage ist, die haben hier schon Hopliten und die sind natürlich schon ziemlich stark. Also, da müssen wir auf jeden Fall uns hier sehr gut bewaffnen. Aber ansonsten... Au, die haben da... Ei, ei, ei. Die sind natürlich schon ziemlich stark bewaffnet. Also, die haben hier... Gehört das noch alles zu denen? Ja. Also, die sind hier schon ziemlich gut. Die haben sich hier eingemauert. Die haben sich hier niedergelegt. Auf der anderen Art und Weise gibt es hier halt auch ziemlich gute Ressourcen. Hier gibt es eine... Hier gibt es eine Eisenmine. Hier gibt es eine Goldmine. Und hier gibt es einen Steinbruch. Hier gibt es ein paar gute Städte. Also, das ist schon... Das ist schon auch für... Für den weiteren Kriegsverlauf wäre dieser Bereiche schon ziemlich mächtig. Jetzt ist die Frage... Könnte man denn einen Krieg so einfach erklären? Krieg erklären? Seid ihr sicher? Aufgrund des Bündnisses mit Arkadien wird Arkadien ebenfalls der Krieg erklärt. Moment. Nein. Dann gucken wir uns gleich mal Arkadien an. Armeemoral gegenüber Byrothien ist durchschnittlich... Ja. Arkadien ist gegenüber uns bewundernd. Die würden uns auch den Krieg erklären. Sind, was die Macht angeht, auch ziemlich gut mit dabei. Das heißt, hier würden wir auf dem Festland eine riesige und ziemlich heftige Schlacht erwarten. Das ist natürlich nicht so schön. Die sind allerdings auch bewundernd gegen uns. Die haben allerdings auch Krieg gegen Thessalien. Vielleicht könnten wir uns auch einfach... Das wäre halt eine Option, wenn wir mit den hier anwendeln, dass wir uns bei denen mit in den Krieg ziehen lassen. Die Frage ist, gegen wen haben die Krieg? Ja, gegen alle anderen. Das ist natürlich doof. Also die haben wirklich gegen alle Krieg. Das schaffen wir definitiv nicht. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind verbündet mit Rodos und Euböa. Sind den Krieg gegen Odrysien hier oben. Das bleibt auch so. Und auch hier in diesem Bereich. Ich glaube nicht, dass sich da irgendwas ändert in nächster Zeit. Ich würde übrigens noch ein, zwei Runden abwarten. Dann können wir nochmal hier gucken, ob wir hier nochmal Frieden schließen. Oder versuchen, mit Chalkidike neue Verträge zu schließen. Wie sieht es denn aus mit Korinth? Das wäre natürlich ein wenig gemein, weil wir jetzt auch sehen, was sie machen. Aber mit wem haben die denn Verträge? Die haben mit gar keinem Verträge. Sieht das richtig? Doch mit Korkyra da oben. Die sind auch im Krieg gegen einige. Ja. Die sind sogar im Krieg gegen Argolis. Das heißt, hier könnte man sich natürlich auch gut anschließen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn wir es hinkriegen, mit Korkyra gemeinsame Sache zu machen. Dass wir hier unten in Richtung Argolis gehen. Wo auch immer die liegen. Auf jeden Fall zwischen Sparta und Korinth. Das finde ich durchaus interessant. Was ich auch interessant finde, ist, weiter zu gehen in Richtung Euböa. und hier in Richtung Föderation oder möglicherweise sogar Konföderation zu gehen. Das wäre für mich persönlich interessant. Und vor allen Dingen würde mich da mal interessieren, wenn wir eine Föderation gründen oder eine Konföderation, dann wäre meine Vermutung, dass wir auch dort einen gemeinsamen oder einen Vorteil bekommen für den Krieg. Das denke ich schon. Okay. Ja. Das sind ziemlich viele Überlegungen. Also Möglichkeit 1 wäre, mit ihm in den Krieg zu gehen. Aber er ist mega stark. Also fast ähnlich zu uns. Und unsere Armeen sind hier oben. Hier ist eine Armee dauerhaft blockiert, um den Bereich zu verteidigen. Hier oben definitiv auch. Wir ziehen jetzt hier keine weiteren Armeen hin. Das muss hier mit diesen Ressourcen klappen. Wir haben hier eine Armee zur Verteidigung. Denn ich möchte hier definitiv auch keine Schwäche zeigen. Und die restlichen Armeen werden wir jetzt hier sammeln. Das heißt aber immer noch, dass wir hier definitiv unterbesetzt sind. Okay. Aber eine wichtige Sache, die ich in der letzten Folge vergessen habe. Wir gehen hiermit nochmal runter. Auf 10, 8. Ich denke, 8 ist okay. Ja, machen wir vielleicht doch lieber 10. So. Und dann müssen wir ein bisschen weiter runter gehen. Und ich denke, wenn wir uns hier in diesem Bereich auf diesen Bereich konzentrieren und wir vielleicht nach Argos gehen. Denn auch Argos hat Eisen. Und hat sogar einen Schmied. Das wäre natürlich auch die beiden Städte hier. Argos und Korinth. Äh, und, ähm, Navplio. Die beiden Städte würden auch einen ziemlich guten Schub geben. Kohle, Schmied, Eisen und Steinbruch. Wahnsinn. Also das ist schon, also das wäre auch ziemlich mächtig. Und hier gibt es sogar noch was. Naja, die Korinthen. Hm. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Lasst uns, lasst uns über, über die Möglichkeit nochmal nachdenken. Das finde ich tatsächlich mit am interessantesten, dass wir uns mit Korinth verbünden gegen Argolis. Die sind so und so freundlich zu uns. Kein aktiver Handel. Ähm, dann sollten wir doch mal gucken. Vielleicht können wir das Thema Einheitensichtbarkeit mal anbieten. Vielleicht klappt das ja. Und dann werden wir Ihnen mal ein kleines Geschenk machen. und wir bieten Ihnen einfach mal, was will er haben? Sklavengold und Steine. Sklaven, denke ich, kann er mal haben. Zwei Sklaven allerdings. Eine Runde und das ist ein Geschenk. und wir wollen dafür, genau, wir wollen dafür nichts haben. Wir können nicht unterzeichnen, weil ein ähnlicher bereits Okay. Ja, ich möchte nichts dafür haben. Genau. Ich kann das tatsächlich nicht unterzeichnen. Das ist ja doof. Okay. Handel mit Korinth. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt, dass denen das jetzt so angeboten wird. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das klappt. Denn das wäre tatsächlich ein einfacher Weg, um uns hier sehr stark zu positionieren. Und dann können wir tatsächlich, wenn es zu dem großen Krieg kommt, hier Truppen positionieren, hier Truppen positionieren und dann versuchen, den hier und den hier gleichzeitig anzugreifen. Das wäre durchaus eine Option. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal in die nächste Runde. und dann gehen wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entschuldigt bitte, ich bin gegen das Mikrofon gekommen und ich würde sagen, wir überspringen das jetzt einfach mal Ja, da gibt es tatsächlich noch Das müsste sogar ein Reiter sein und kein Held Arkanien wurde besiegt und alle aktiven Einheiten haben sich aufgelöst oder sind auf der Seite eines anderen Staates beigetreten Tribut wird von euch verlangt von Ätolien Brennt dir der Helm oder was? Euböer möchte Einheiten, Sichtbarkeit, Stadt, Sichtbarkeit Oh ja, sehr gerne Mein Freund, sehr schön, das gefällt mir Elis möchte, ähm, Möchte, was wollen die? Sechs Stein, vier, ei, 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 ei Die bieten aber eine Menge Aber ich denke, das können wir uns im Moment Leider nicht leisten Da was anzubieten Das tut mir sehr leid Ähm, okay Die Korinther haben das abgelehnt Das ist sehr schade Denn bei denen hätte ich mir tatsächlich gehofft Ja, das haben sie natürlich genommen, die Säcke Die beiden Sklaven Athen in Attika wurde um die Verbesserung der ökonomischen Stadt erweitert Eure Stadthalter haben gute Arbeit geleistet Die oberen Steuern wurden weise eingesetzt Und hoffentlich folgen andere Städte diesem Beispiel Sehr schön Nun gucken wir gleich mal rein, was uns das bringt Und Dann fangen wir mal hier oben an Bei der Einheit Denn die möchte ich in dieser Runde Wir sollten zuerst Ach, ja, klar Ähm Arkanien wurde besiegt Das war hier unten, ne Das müssen wir uns unbedingt gleich mal angucken Und hier möchte ich gerne die Selbstheilung benutzen Benutzen Okay, du Ja, was machst du? Jetzt ist die Frage, ob wir hier oben einfach mal Tatsächlich weiter erkunden gehen In die Richtung Ich weiß tatsächlich gar nicht, was hier oben In diesem Bereich ist Und Arkanien war hier Und ja Die sind echt weg, ne Ganz ehrlich Hier gibt es jetzt noch Wie heißt dieses Land? Lass uns mal reingucken Das war das Falsche Ätolien Ah, alles klar Das erklärt einiges Im Schnitt ist unsere Macht 20% größer Okay, also hier müssen wir definitiv aufpassen Wir sind noch stärker Aber unsere Armeen sind auch verstreut Ja, das muss man ganz klar sagen Wie sieht es denn eigentlich mit denen hier aus? Ah Makedonien ist mit Ätolien in einem Verteidigungspakt Okay, das heißt Wir werden definitiv nicht angreifen So viel steht schon mal fest Das werden wir nicht machen Okay Dann machen wir mal weiter Hier oben, da haben wir uns drum gekümmert Es ist natürlich auch noch die Frage Ob wir das hier noch irgendwie zurückbekommen könnten Ähm, aber ich denke Wir konzentrieren uns jetzt tatsächlich Erstmal um den Bereich hier hinten Äh, hier ist die Frage Hier gibt es noch die Was wird hier gebaut? Stallungen Sehr interessant Hier gibt es eine Eisenmine Die können wir leider auch nicht besetzen Die liegt im Bereich des Feindes Ähm, hier wäre es theoretisch möglich Wenn hier nichts ist Dass wir hier hinten landen Uns das Gebiet sichern Und das Ganze auch besetzen Das wäre theoretisch möglich Allerdings ist das Problem Wir haben hier wirklich null Versorgung Und unsere Einheiten wären hier direkt beschädigt Und würden hier auch direkt Probleme bekommen Und das ist eigentlich nicht mein Ziel Okay, alles klar Dann würde ich sagen Kümmern wir uns in der nächsten Folge In der nächsten Folge um diesen Bereich Und dann danke ich euch fürs Zugucken Und macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao, ciao 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 Ciao